Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Dom, heute an meiner Seite der Marco und wir möchten euch ganz gerne heute ein paar Impressionen aus unserem Training vorstellen. Es handelt sich nicht um ein E-Learning, wir wollen euch einfach nur zeigen, wie unser Training so abläuft. Macht euch unbedingt vorher warm, wenn ihr das selber zu Hause machen wollt. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn euch das Video gefällt, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert gerne den Kanal und wenn ihr Fragen habt oder was wissen wollt oder Wünsche habt, schreibt es in die Kommentare. Wir machen jetzt die sanse Treppe abläuft, weil wir nicht währenddRim AUF d clipen welcome. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war ein kleiner Ausschnitt von unserem Training aus unserem ersten Programm. Denkt aber daran, das, was wir machen, ist eine Selbstverteidigung. Das heißt, sie dient nicht dazu, irgendwie das als Angriff zu konzipieren. Ihr müsst immer darauf achten, es geht darum, wenn euch jemand an den Kragen will, euch effektiv und vernünftig zu verteidigen. Und ja, so kann das dann aussehen. Du bist, glaube ich, unverletzt, hoffe ich. Alles super. Sehr gut. Und wenn es euch gefallen hat, wir wollen noch ein paar Sachen machen. Das war jetzt etwas aus unserem Graduierungssystem, aus dem ersten Teil. Und es folgen vielleicht noch ein paar weitere Videos. Ja, und wenn ihr Bock habt, wie gesagt, gerne abonnieren. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Vielen Dank. Euer Dom und Marco.